Willkommen bei Jean-François Champollion. Zwischen dem 5. Jahrhundert unserer Zeit und der Renaissance war das Wissen um die Hieroglyphen verschwunden. Viele Enthusiasten versuchten sich an der schweren Aufgabe ihrer Entzifferung, allerdings ohne großen Erfolg. Einigen Forschern gelang es, einzelne Namen oder grammatische Strukturen zu identifizieren. Sie konnten außerdem bestätigen, dass Kartuschen auf königliche Namen verweisen. Dennoch fehlte es an den entscheidenden Hinweisen, bis schließlich die Entdeckung des Steins von Rosett den Durchbruch brachte. Der Stein von Rosett wurde 1799 von einem Offizier der napoleonischen Armee entdeckt. Die Stähle wird auf das Jahr 196 vor unserer Zeit datiert. Die drei sinngemäß gleichen Texte wurden in Hieroglyphen, auf Demotisch und Altgriechisch festgehalten. Nach der Niederlage Napoleons im Jahr 1801 bemächtigten sich die Briten des Steins. Er wurde der Sammlung des British Museum einverleibt und ist bis heute eines der populärsten Exponate des Museums. Im Jahr 1803 gelang eine erste Übersetzung des altgriechischen Abschnitts. Es handelt sich um ein Dekret Ptolemäus V., das daran erinnert, dass er Ägypten zu Wohlstand verholfen hatte. Übersetzt wurde der Text schließlich erst 20 Jahre später von Jean-Francois Champollion, der mit einem Faximele arbeitete. Champollion gelangte zu einer entscheidenden Erkenntnis, die das Geheimnis der Hieroglyphen lüften sollte. Nämlich, dass es sich nicht nur um Bildzeichen, sondern auch um Lautzeichen handelte. Hieroglyphen bestehen demnach aus Lautzeichen, Bildzeichen und Deutzeichen. Letztlich also aus einer Kombination aus phonetischen und alphabetischen Zeichen und Symbolen. Champollion fiel auf, dass sich bei ein und demselben Wort die Anzahl der Hieroglyphen von der der griechischen Schriftzeichen unterschied. Daher gelangte er zu der Überzeugung, dass die Hieroglyphen auch phonetische Zeichen besitzen. Dies war der erste Schritt, um das Geheimnis des Steins von Rosette zu lüften. Um seine Theorie zu beweisen, begann Champollion die Namen ägyptischer Herrscher zu identifizieren und ihre phonetische Aussprache mit der griechischen Version zu vergleichen. Der Erbauer der großen Pyramide hieß mit ägyptischem Namen beispielsweise Kufu, was im Griechischen zu Cheops wurde. Um dieses Verfahren zu bestätigen, zog Champollion in einem nächsten Schritt den Obelisken von Phile als zusätzliche Referenz heran. Er konnte auf dem Obelisken die Gravuren der Namen von Ptolemios und Kleopatra identifizieren. Schließlich bestätigte er, dass sie denselben phonetischen Mustern folgen wie auf dem Stein von Rosette. Da wusste Champollion, dass er endlich auf der richtigen Spur war. Champollion beherrschte bereits mehrere alte Sprachen, als er sich mit dem Stein von Rosette beschäftigte. Dank seiner Kenntnis des Koptischen erkannte er die Sonnenscheibe auf dem Obelisken, den er untersuchte als phonetische Übersetzung von Reh. Weitere Übersetzungen bestätigten seine Rückschlüsse. Die ägyptischen Hieroglyphen erfüllten sowohl phonetische als auch bildhafte Funktion, was heißt, dass das Symbol auch das Wort selbst bezeichnen kann. Nimm dir Zeit. Ich warte. Das alte Ägypten geht nirgendwo hin. Das alte Ägypten geht nirgendwo hin. Hier haben wir noch eine Dämpferung von Reh.